Yo, was geht ab? Burning Crow hier mit einem weiteren Video zu Conqueror's Blade für euch. Heute geht es in diesem Video um den besten Weg an Silber zu kommen. Dafür braucht ihr natürlich kein Haus, wie ich schon im Titel geschrieben habe. Ihr braucht natürlich ein bisschen Vorbereitung, aber wie das alles funktioniert, seht ihr in diesem Video. Also lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal für weitere Guides. Um schnellstmöglich viel, 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 aber so richtig viel Silber zu generieren, brauchen wir natürlich ein bisschen Vorbereitung. Das wird natürlich von Anfang bis Ende dann immer mehr Silber, je weiter ihr in der Vorbereitung seid. Aber beginnen wir erstmal mit den Einheiten, die wir dafür brauchen. Und zwar brauchen wir dafür 5x Level 7 Leibeigener. Diese Leibeigenen, die haben die besondere Fähigkeit, die bekommen Boni auf Sammeln. Können wir uns hier unten mal angucken. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Und sogar dreimal. Also wir haben dreimal erhöht gesammelte Ressourcen, wenn die auf Level 7 sind, um 20%. Das ist richtig viel. Und wenn wir davon 5 Einheiten mitnehmen, sammeln wir umso mehr. Das ist Schritt Nummer 1. Also seht zu, dass du so schnell wie möglich 5 Leibeigene auf Stufe 7 bringst. Was du noch brauchst, sind Fördermarten. Hier. Ich habe derzeit noch 153 Stück, weil ich einfach die gespart habe. Ich habe die nie benutzt. Aber für diese Silbermethode brauchen wir einige davon. Die werden natürlich immer weniger, je öfter wir das machen. Aber wir bekommen jede Woche einige dazu. Das heißt, wenn wir die wöchentlichen Aufgaben erledigen, ein paar tägliche Aufgaben machen, bekommen wir auch Fördermarken zurück. Und dann können wir das eventuell später. Wenn ich zum Beispiel keine mehr habe, werde ich das nur noch einmal die Woche machen können. Aber es lohnt sich dann dennoch. Jetzt musst du natürlich wissen, was willst du sammeln. Also es gibt verschiedene Materialien in verschiedenen Gebieten. Wir wollen natürlich die exotischen Materialien haben. In diesem Beispiel habe ich hier Bergbauxid. Und wenn wir uns die Beschreibung davon mal angucken. Bergbauxid ist eine exotische Ressource, die es nur in den Grenzlanden gibt. Erforderlich, um hochwertige Materialien herzustellen, kann manchmal in Eisenminen gefunden werden. Das ist schon mal gut zu wissen. Also das ist so mein Material, was ich gerne dafür benutze, um Silber zu machen. Also hier hätten wir jetzt zum Beispiel eine Eisenmine. Und ich möchte jetzt natürlich ein bisschen mehr verkaufen als nur 1000 Bergbauxid. Deswegen werde ich mich jetzt auf den Weg dahin begeben mit meinen 5 Leibeigenen. Und werde da einfach mal mit meinen Fördermarken ein bisschen reinballern. Und wie wir das ein bisschen verbessern können, das zeige ich dir auch. So, wir sind an der Eisenmine angekommen. Und jetzt gehe ich erstmal auf Produktion, da die Reserven schon aufgebraucht sind. Dafür habe ich die Fördermarken und sammle jetzt hier erstmal einiges an Material. So, nach 5, 6 Sammelvorgängen ist mein Wagen voll. Das bedeutet, ich kann nicht weiter sammeln, aber ich möchte weiter sammeln. Was mache ich? Ich gehe hier auf Verschieben und ziehe die Ressourcen rüber, also die exotischen. Das Hämitat, 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 Lasse ich da. So, das habe ich jetzt alles erhalten. Jetzt öffne ich mein Inventar, gehe zu meinem Wagen und schmeiße das gesamte Hämitat raus. Ich lösche das also. Und jetzt habe ich wieder jede Menge Platz. Also, ich habe jetzt hier ungefähr 300 Bergbau-Xeed gesammelt. Das lohnt sich, keine Angst, ich schmeiße das ruhig raus, das Hämitat, 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 Hämitat. Und einfach weiter sammeln, ja. Produktion, zack, weiter geht's. Und das machst du so lange, bis du keine Lust mehr hast oder sagst, okay, jetzt habe ich, sag ich mal, 1000 Stück gesammelt. Jetzt möchte ich verkaufen gehen. So, ich habe jetzt circa 1000, ne, ich habe genau 1058 Bergbau-Xeed gesammelt. Und für mich reicht das. Ich möchte jetzt 2000 Stück verkaufen. Und jetzt kommt der Trick an der ganzen Sache. Da dieses Material nur in den Grenzlanden vorkommt, möchte ich das natürlich nicht in den Grenzlanden verkaufen, sondern an anliegenden Gebieten. Dafür wähle ich jetzt in dem Fall das Gebiet hier unten an. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also, wenn ich Bau-Xeed oder wenn du jetzt in den Grenzlanden heimisch bist, dann gehst du natürlich mit deinem Bau-Xeed hier rüber. Hier bei Turul-Varos City. Und suchst dir eine Stadt aus. Also, zum Beispiel Flussrad. Da kann ich das verkaufen. Hier dieses kleine Symbol, da gibt es eine Ressourcenbörse. Und ich begebe mich jetzt einfach auf den Weg dahin und stelle mein Material da rein. Was ich aber vorher tue, bevor ich da hingehe, weil ich vermute, dass das Material dort nicht verkauft wird, schaue ich mir nochmal genau in der Ressourcenbörse in den Grenzlanden an, was dieses Material denn wirklich wert ist. Also, wir sehen hier, mit 1000 Stück bekommen wir 32.000 Silber. Das merke ich mir, falls ich da nämlich einen Vergleich habe. Und 32.000 Silber ist natürlich nicht viel für dieses Gebiet, für die Grenzlande. Allerdings, wenn ich dann in dem anderen Gebiet bin, da wo es halt echt schwer ist, ranzukommen, weil man müsste dazu natürlich in die Grenzlande kommen, um das zu ernten, gehe ich jetzt ins nächste Gebiet und verkaufe meinen Sch*** da. So, wie du sehen kannst, ich bin jetzt in Flussrad angekommen. Und hier werde ich meine Sachen verkaufen. Dazu gehe ich einfach zum Auktionshaus. War ich mit ihm? Ja, ich habe ja meine Materialien dabei. Gehe ins Auktionshaus und schaue mir mal an, was hier bei der Ressourcenbörse so abgeht. Dann gehe ich auf Exotisch, Regionalprodukte. Da geht gar nichts ab. Das heißt, hier wird viel gekauft. Und das ist natürlich gut. Hier sind noch ein paar Teile aus dem Grenzland da. Ja, die sind auch natürlich ein bisschen teuer hier, weil es einfach die nur im Grenzland gibt. So, ich gehe jetzt auf Verkaufen. Und ich denke, ich werde 500er Stacks machen. Ja, das heißt, ich gebe hier unten bei Menge festlegen 500 ein. Bei uns kostet das 32 pro Einheit Bauxeed. So, aber wir wollen ja ein bisschen mehr haben, ja. Das heißt, eventuell gehe ich auf 18.000. Und schaue mal, ob das funktioniert. Ich gebe dann drei Tage und bestätige das, ja. Das heißt, ich habe jetzt alle meine Bauxeed 500 Stück für 18.000 rein. Also, das ist schon eine Menge Geld. Das sind 74.000 Silber, ja. Für ein bisschen Aufwand, ein bisschen rumlaufen. So, 54.000 Silber. Ich denke auch, das wird verkauft. Und das ist natürlich Big Money, ne. Klar, wir verlieren etwas Silber. Ich sagte ja am Anfang, ihr braucht kein Haus. Ist ja auch so, hast du ja gesehen, dass du kein Haus brauchst. Du kannst einfach rausgehen und sammeln. Allerdings ist es natürlich gut, ein Haus zu haben, was große Kontakte hat. Und wie zum Beispiel in meinem Fall, hier mit Leviathan, sind wir halt dicke, ne. Die haben halt viel, große Gebiete. Also, in den Grenzlanden und hier in Unguliaugualuabu. Okay. Und natürlich auch hier oben in Ostaria haben die einige Gebiete. Das ist natürlich für mich ein Vorteil, da ich halt weniger Gebühren bezahle, um zu sammeln. Also, statt 4.000 bezahle ich jetzt 2.000. Wenn ich jetzt hier oben gucke und da sammeln würde, dann würde ich 5.000 bezahlen, ja. Ist aber nicht schlimm. Ich habe auch Situationen, wo ich natürlich auch öfter mal hier rüber muss. Hier sammle ich, glaube ich, Holz. Und hier bezahle ich auch so viele Gebühren, ja. Also, natürlich habe ich einen gewissen Vorteil, weil ich viel mehr Auswahl habe. Aber auch du kannst das machen, auch wenn du mehr Bronze bezahlst. Weil Bronze kriegst du immer, wenn du aktiv spielst. Das sollte also kein Problem sein. Jetzt, bevor ich mich auf den Rückweg begebe, möchte ich natürlich auch aus dieser Region was mitnehmen, ja. Falls es mein Budget zulässt. Und dazu gehe ich hier zur Gerberei. Weil Gerberei ist, da gibt es ein Produkt, was es nur hier gibt, was ich dann wieder in den Grenzlanden verkaufen kann. So habe ich halt mit einem Weg oder mit zwei Wegen halt, ne, zwei Materialien, die ich verkaufe. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. So, jetzt kann ich dir das Beispiel auch zeigen. Also, wenn du im Gebiet irgendwie Ria bist, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du Bisonhaut sammelst. Das bekommst du bei der Rinderfarm. Hier gehst du dann halt einfach, machst du dasselbe Spiel, wie mit dem Beispiel im Bauxid. Und diese Bisonhaut kannst du dann sehr, sehr gut in den Grenzlanden verkaufen. Oder wenn du noch weiter weg möchtest, wo es halt noch schwieriger ist. Weil das bekommst du wirklich nur, wie das ja hier auch steht. Bisonhaut ist eine exotische Ressource, die es nur in Ungewirr gibt. Das heißt, hier kannst du schön sammeln, diese Materialien dann mitnehmen und Richtung Heimat oder Richtung auswärts, wenn du sagst, okay, ich möchte Bauxid sammeln, dann gehst du natürlich in die Grenzlande, verkaufst deine Bisonhaut dort, sammelst du ein bisschen Bauxid, bringst das dann zurück zu dir, verkaufst Bauxid dort. So, du wunderst dich wahrscheinlich auch, warum bekomme ich 23 exotische Materialien statt 11? Das zeige ich dir auch jetzt. Und zwar, wenn wir hier unter unsere Units gehen und den letzten Tab Technologie, da haben wir diese ganzen Sammelsachen, die wir hochleveln können, ja. So, ich rutsche mal ein bisschen hier runter, mach es mir gemütlich, ey. Und zwar habe ich jetzt hier zum Beispiel bei den Tierhäuten das alles gelevelt. Das kannst du dir auch in Ruhe mal in deinem Spiel selber angucken. Aber wenn du das auf Stufe 5 hast, erhöht sich die Produktion für die normalen Ressourcen, die du da bekommst, um 20%. Dann bekommst du natürlich bei Wissen über Lederherstellung jetzt in dem Beispiel nochmal 100% Menge für die exotischen Produkte. Dann geht es wieder weiter mit 20% auf normale Sachen und dann wieder 100% auf exotisch. Also, wenn ich das freigeschaltet habe, das benötigt auch jedes Mal XP. Wenn ich das freigeschaltet habe, dann bekomme ich halt nochmal die doppelte Menge. Das heißt, anstatt 23 bekomme ich, falls ich dann ein exotisches Produkt bekomme, 46. Also, wie gesagt, das benötigt XP. XP bekommen wir bei jedem Sammelvorgang. Also, ich habe jetzt 3600 XP gesammelt. Das heißt, ich brauche noch eine Weile, bis ich da hinkomme. Aber ich glaube, man bekommt irgendwie bei epischen Sammelstätten 320 XP pro Sammelvorgang. Also, allzu lange sollte das nicht dauern, bis man dann auf seiner Max-Stufe angekommen ist. Aber wie gesagt, deswegen meinte ich auch am Anfang, das dauert am Anfang ein bisschen länger. Und irgendwann bekommst du halt mehr Ressourcen durch dieses Thema. Jetzt fragst du dich natürlich, wo finde ich heraus, was in meinem Gebiet für Materialien sind, die sich auch lohnen zu verkaufen. Dafür gibt es den Tipp, geh zu der Veredelungswerkstatt und dann gehst du auf epische Materialien und schaust dir die Sachen an. Zum Beispiel empfehlenswert ist hier Schmiedeeisen. Dann gucken wir, das braucht Wolfram. Wo gibt es dieses Material? Das gibt es in Maoyang als Beispiel. Feiner Stoff, Baumwolle aus den Bergen. Grenzlande. Das ist exotisches Material aus Liangyum. Und so kannst du halt immer durchgucken, wo gibt es welches Material. Es spielt keine Rolle, ob es blau ist oder lila ist. Wichtig ist einfach nur, dass du nachschaust, was gibt es wo. Dann gibt es hier Leder natürlich. Da haben wir jetzt diese Materialien, diese Bisonhaut, die ich im Video auch gezeigt habe. Die könnte ich jetzt persönlich benutzen, zum Beispiel für hervorragendes Leder. Aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte gar nicht so weit in die Produktion reingehen, weil hier gehen wir wieder Silber aus. Ich möchte nämlich Silber machen. Und ja, ich sammle einfach nur, verkaufe den Schrott. Alla, mach Silber, Big Money. Und dann kann ich mir im Marktplatz natürlich was Schönes kaufen, wie zum Beispiel Waffen, Rüstung, Sachen, die ich halt auf dem Schlachtfeld brauche. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Wenn ja, wenn ihr sagt, okay, ey, da fehlt aber noch ein Tipp oder irgendwas, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich, wenn ich, wenn, 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 wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte und ihr jetzt richtig Bock habt, natürlich ist das ein bisschen langweilig, ich weiß, aber es ist sehr, sehr lobenswert. Es ist sehr viel Silber. Wenn ich dir mit diesem Video helfen konnte, dann lass doch einen Daumen nach oben da. Schreib mir, wenn irgendwas fehlt. Abonnier diesen Kanal, um weitere Guides zu Conqueror's Blade, aber auch zu anderen Spielen zu erhalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hab noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, guten Morgen. Bis dann. Peace.